meine leute und herzlich willkommen zurück zu typescript heute geht es um das wunderbare schlüsselwort static und was ihr mit static erreichen könnt natürlich auch so static schreibt man vor eine variablen also zum beispiel hier ist static einfach vorne dran macht aber in dem fall von beiden absolut keinen sinn was wir jetzt hier benutzen werden ist vielleicht ein klein bisschen abstrakt aber wir werden uns gleich noch ein beispiel angucken wo das auch wirklich immer so ist und ich krieg natürlich schon die ersten fehlermeldungen was ich eigentlich gar nicht beabsichtigt habe ich bin ja nicht mal fertig mit tippen mensch ok static anzahl aller hunde das ist jetzt eine variable die ihr nicht unbedingt erwarten würdet wenn ihr euch vielleicht eine hund klasse angucken würdet aber sagen einfach mal ist ziemlich viele aber diese anzahl aller hunde ist wirklich konstant egal was für einen konkreten hund ihr euch anguckt also sagen wir mal jeder hund weiß genau wie viele hunde insgesamt auf der ganzen welt leben und jeder hund kann dir auch genau darüber auskunft geben und dann fragen wir einfach jeden hund hey wie viele hunde gibt es insgesamt und er sagt diese wunderbare zahl und dann fragen wir die nächsten und hey wie viele hunde gibt es insgesamt und er sagt uns genau wieder dieselbe zahl das bedeutet jeder hund wird euch dasselbe ergebnis liefern und was man dann in der hand hat ist keine keine instanz variable sondern eine sogenannte klassenvariable und dazu ist dieses static da static sagt diese variable hier ist überhaupt nicht mehr auf jeden einzelnen hund bezogen das heißt mein rex hat eigentlich muss überhaupt nicht wissen wie viele hunde es überhaupt gibt sondern alle hunde also die klasse hund weiß wie viele hunde es insgesamt gibt das heißt anzahl aller hunde ist jetzt nicht mehr auf rex bezogen sondern auf die klasse hund bezogen das bedeutet aber auch wenn ich sie ausgeben möchte console.log dann kann ich nicht anfangen irgendwie hier rex punkt und dann anzahl aller hunde anzahl aller hunde gucken wir uns gerade mal kurz an was dann passiert da sehen wir hier unten wunderbar ähm gibt ein fehler das not exist on type daimaltina gut okay das ist jetzt ein anderer fehler wie den den ich erwartet habe aber komm schon gib mir den richtigen fehler wunderbar ähm das not exist on type hund ist im endeffekt genau dasselbe warum existiert dieses ding hier nicht wir haben es doch genau so hier oben geschrieben richtig weil wir hier rex benutzt haben rex müssen wir dazu nicht benutzen wir benutzen die klasse dazu das heißt wir sagen hier hund punkt anzahl aller hunde und das wiederum wirft mir keinen fehler wenn ich das ausführe dann kommt hier erstens mal on my way wegen rex punkt laufen und ich bekomme diese zahl ausgegeben das heißt diese variable hier ist jetzt auch tatsächlich für jeden einzelnen hund gleich das heißt ich kann sie aber auch nicht mehr ändern über rex punkt anzahl aller hunde gleich 5 oder so was sondern ich muss wenn ich sie ändere auch wirklich über die klasse gehen also hund punkt anzahl aller hunde gleich 5 gehen und dann ist sie eben auch wirklich für alle hunde 5 genau das ist das coole dran an klassen variablen was natürlich auch noch ein riesen vorteil davon ist ist sie sparen euch haufenweise speicher das heißt wenn ihr sicher seid diese variable ist für alle meine instanzen gleich die ändert sich nicht dann könnt ihr diese variable static machen und ihr habt sie nur ein einziges mal in eurem speicher drin sprich die anzahl aller hunde liegt nur als eine einzige zahl braucht gerade mal 64 byte in eurem speicher während die beine die brauchen für jeden hund 64 beine das heißt wenn ihr hier eine million hunde erstellt dann braucht ihr auch 64 millionen byte speicher weil ihr eben 64 millionen mal diese beine number speichern müsst und da sind natürlich static variablen auch sehr sinnvoll aber vorsicht es muss wirklich klar sein dass das eine klassen variabel ist falls ihr euch nicht sicher seid nehmt am besten eine instanz variabel oder sinniert noch mal ein bisschen drüber meditiert drüber oder fragt joda genau ja das ist eigentlich auch schon alles was ich euch dazu erzählen möchte und wir hören uns dann im nächsten video wieder bis dann